Die Nummer 21, Heron A9. Die Nummer 22, Heron A9. Die Nummer 22, Heron A9. Jetzt haben wir die vier Neuheiten der Firma Niko. Jetzt Niko Europe, NLE, war auch vor der Firmenänderung, die war vor ein paar Tagen gewesen. Hier sind ein paar neue 13 Schüsse, und zwar die Popping Flowers als Nummer 23. Die lohnen sich hier, die Poppicks durchweg. Ja, ich denke, für 11 Euro eine richtig super geile Batterie. Als nächstes kommt die Red Dahlia aus derselben Familie. Dann haben wir die Red Tears. Dann haben wir die Red Tears. Also ein sehr, sehr schönes Gegenstück der Tanz der Vampire. Als nächstes die Nummer 26, die Golden Lenses. Jetzt kommen wir zur Nummer 27, eine Neuheit von diesem Jahr, Firma Veko, die Flashlight. Jetzt ist gut. Wir kommen zur Nummer 28. Wir kommen zur Nummer 28. Die Black Box Epsilon, die Black Box Epsilon, Neuheit von diesem Jahr. Dann haben wir jetzt die Nummer 29 von Panda, die Bagua. Dann haben wir jetzt die Nummer 29. Dann haben wir die Oberfläche. Dann haben wir die Dahlia ausgesprochen. Dann haben wir die Dahlia ausgesprochen. Hier haben wir die Dahlia ausgesprochen. Die Nummer 30, die Jorge Explosive Collection 5. Die Nummer 30, die Jorge Explosive Collection 5. Die Nummer 30, die Jorge Explosive Collection 5. Die Nummer 30, die Jorge Explosive Collection 5.